Hallo ihr Lego-Bauer, hallo Frau Arnold, hallo ihr Tänzerinnen, hallo Frau Arnold, hallo ihr Sportler, hallo Frau Arnold, hallo ihr Musiker, hallo ihr Musikerinnen, hallo ihr Lieben, eine Woche ist es schon her, dass wir unser letztes Video aufgenommen haben. Wir sehen uns hiermit wieder im Monat Mai. Was ist denn wohl heute in diesem Topf drin für die Tonblume? Mal schauen. Na, errate, welche Pflanze habe ich wohl aus meinem Garten mitgebracht? Hat was mit diesem Monat zu tun. Richtig, die Maiglöckchen. Hm, wie riechen. Jetzt habe ich noch eine Pfingstrose gefunden, die fängt an zu blühen, in gelb. Und das ist die, oh, wer ist die jetzt? Die Azalele. Nein, das ist der Rhododendron. So, in Rot. Und zuletzt. No, no. Ach, der Flieder, der duftet ja auch so toll bei uns in Lila. So, ihr Drittklässler kennt Rätsel. Muss ich nicht erklären. Ich singe auf Lu und du errätst, was das ist. Mit Do geht's los. No, 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 no. Do, do, re, mi, fa, sol, sol, sol. Mit Sol geht's weiter. No, 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 no. No, 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 no Für euch liebe Drittklässler habe ich jetzt die Treppchenstufen bei uns im Wohnzimmer durchnummeriert. Sieht anders aus als in der Schule bisher. Statt Papier an die Tafel anzubringen, habe ich hier die Nümmerchen auf die Treppenstufen geklebt und du hast jetzt die Aufgabe zu schauen, wo schreite ich entlang und dann singst du die passenden Treppchennamen dazu. Das Do für die Eins, das Re für die Zwei und so weiter. Von Eins bis Sechs geht's rauf. Dein Do. Mit Do geht's los. Was schreite ich? Ein, zwei, 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 drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei. Ihr Lieben, wir sind wieder an der Tafel. Alles bekannt. Erst bald ticken und dann an der Körpertafel suchen. Das Schochtchen, auf, los geht's los. Auf, los geht's los. War nicht schwer ne? Damit geht's los. Auf, los, geht's los. Heute gar nicht so lange und ich hoffe, du hast den Sprung von Do nach Mi verstanden. Wir sind alles, nur kein Durchschnitt, wir sind individuell, drücken nur den richtigen Knopf, dann leuchten unsere Köpfe ein. Wir sind alles, nur kein Durchschnitt, wir sind individuell, drücken nur den richtigen Knopf, dann leuchten unsere Köpfe ein. Hey, hey, schaut unser Pfad könntet sich so was geniales, Alumni zählt, tut der Phänomenale, hier, da, hier, da. Bilder malen, Lieder singen, Instrumente spielen, Masteln bauen und erfinden, Kunstwerke kreieren. Schwimmen, radeln, Fußball spielen, reiten, das macht Spaß. Hey, tanzen, turnen, Handballing springen, wie gefällt euch das? Wir sind alles nur kein Durchschnitt, wir sind individuell, drücken nur den richtigen Knopf, dann leuchten unsere Köpfe hell. Wir sind alles nur kein Durchschnitt, wir sind individuell, drücken nur den richtigen Knopf, dann leuchten unsere Köpfe hell. Hey, hey!